Die Welt ist nicht mehr so, wie wir sie kannten. Das Militär hat die Macht übernommen. An seiner Spitze herrscht der Major mit Brutalität und Willkür. Die Menschen sind verroht und verarmt. Es gibt nur eine Chance, dieser Hölle zu entkommen. Die Regeln dieses Spiels sind einfach. Wer langsamer als vier Meilen pro Stunde geht, wird erschossen. Und nur einer kann siegen. 100 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren nehmen an diesem grausamen Spiel teil und werden dabei vom Militär überwacht. Und die Soldaten kennen keine Gnade. Dem Gewinner winkt unermesslicher Reichtum. Den Verlierern der Tod. Der Tod. Verlierern der Tod. Den Verlierern der Tod. Der Tod. Der Tod.